2.5 Uhr mit einem Laminar 1,2 Meter steigen und dann werden wir weiterfliegen ins Wiesenthal. Im Hintergrund sehen wir die Alpen und unter uns den Airliner am Alperdorf. Der ist natürlich im 5.500 Fußluftraum, er ist im Flight Level 5.500 Luftraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.